Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es um die European Sky Shield Initiative. Wenn euch Sicherheitspolitik interessiert, abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr zukünftig keines meiner Videos mehr verpasst. Legen wir los! Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Jahr 2022 haben die russischen Streitkräfte mehrere tausend Marschflugkörper, ballistische Raketen, Loitering Munitions und vieles mehr auf militärische und zivile Ziele innerhalb der Ukraine abgefeuert. Allerdings hat sich die Erfolgsquote solcher Angriffe seit der Konsolidierung und Erweiterung der ukrainischen Flugabwehrfähigkeiten drastisch reduziert. Und aufgrund mangelnder Zied-und-Diet-Fähigkeiten der russischen Luftstreitkräfte sind auch die Einsatzmöglichkeiten russischer Kampfflugzeuge und Bomber erheblich eingeschränkt. Der Ukraine-Krieg zeigt also, wie wichtig eine leistungsstarke, bodengebundene Luftverteidigung ist. Die European Sky Shield Initiative, kurz ESSI, soll dazu beitragen, dass sich die europäischen NATO-Staaten besser gegen Bedrohungen aus der Luft verteidigen können. Dazu sollen bereits vorhandene Fähigkeiten ausgebaut und existierende Fähigkeitslücken geschlossen werden. Geschwindigkeit und Effizienz haben dabei oberste Priorität, weshalb sich bisher bereits 19 Staaten der Initiative angeschlossen haben. Stand 7. Juli 2023 haben folgende Nationen das Abkommen für die European Sky Shield Initiative unterzeichnet. Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Großbritannien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Österreich, Rumänien, Schweiz, Schweden, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und natürlich Deutschland als Initiator der ESSI. Die Initiative steht allerdings auch weiteren interessierten Staaten offen. Diese Staaten wollen die entsprechenden Flugabwehrsysteme gemeinsam beschaffen, betreiben und warten. Dies soll zum einen die Interoperabilität als auch den operativen Einsatzwert im Rahmen der NATO erhöhen. Auch finanziell bietet die ESSI Vorteile. Dank gemeinsamer Beschaffung können die Systeme in größerer Stückzahl beschafft werden, was wiederum die Kosten senkt. Und durch den gemeinsamen Betrieb und Wartung werden auch die Betriebskosten reduziert. Im Konkreten geht es um folgende drei Systeme, die im Rahmen der European Sky Shield Initiative beschafft und betrieben werden sollen. Iris T-SLM für kurze bis mittlere Distanzen, Patriot für mittlere bis große Distanzen und Arrow 3 zur Abwehr ballistischer Flugkörper. Im Folgenden schauen wir uns die drei genannten Flugabwehrsysteme an, bevor wir zum Fazit kommen. Wie bereits erwähnt, soll das Flugabwehrsystem Iris T-SLM von Deal Defense zur Abwehr von Bedrohungen aus der Luft auf kurzen bis mittleren Distanzen eingesetzt werden. Das System Iris T-SLM besteht aus einem Multifunktionsradar, einem Gefechtsstand und drei bis acht Startgeräten und kann Ziele in bis zu 40 Kilometern und 20 Kilometer Höhe bekämpfen. Bekämpfbare Ziele sind unter anderem Flugzeuge, Hubschrauber und Marschflugkörper. Wenn ihr mehr über das System Iris T-SLM als auch über das Vorhaben Nah- und Nächstbereichsschutz der Bundeswehr erfahren wollt, schaut euch gerne mein Video dazu an. Ich verlinke euch das hier oben auf dem i. Abgesehen von der vorgezogenen Beschaffung von sechs Feuereinheiten Iris T-SLM im Wert von 950 Millionen Euro für die Bundeswehr haben auch Estland und Lettland die Absicht, das Flugabwehrsystem zu erwerben. Darüber hinaus sind bisher keine geplanten Beschaffungen anderer Staaten im Rahmen dieser Initiative bekannt geworden, was sich zukünftig jedoch sicherlich noch ändern dürfte, da der Bedarf nach leistungsstarken Flugabwehrsystemen bei den europäischen Streitkräften hoch ist und sich Iris T-SLM mit einer berichteten Trefferquote von über 90 Prozent im Ukraine-Krieg bereits bewährt hat. Womit wir zum amerikanischen Patriot-Flugabwehrsystem kommen. Bei diesem handelt es sich, wie ebenfalls bereits erwähnt, um ein System zur Abwehr von Bedrohungen aus der Luft auf mittleren bis großen Distanzen. Aufgrund des Alters der deutschen Patriot-Systeme sollen diese im Rahmen des Vorhabensfähigkeitserhalts Patriot modernisiert werden, damit sie noch bis 2048 im Dienst bleiben können. Neben Deutschland verwenden auch weitere ESSI-Unterzeichner das Patriot-System, zum Beispiel die Niederlande, Rumänien, Schweden und die Schweiz. Aufgrund des NATO-Planungsziels die Anzahl von Feuereinheiten der Bereiche Surface-to-Air Missile Long Range und Ballistic Missile Defense Lower Layer bis 2039 um über 50 Prozent im Vergleich zum Basisjahr 2023 zu steigern und nach 2040 sogar zu verdoppeln, sind auch für dieses System zukünftig noch umfangreiche Bestellungen im Rahmen der ESSI zu erwarten. Darüber hinaus sollen im Rahmen der European Sky Shield Initiative insbesondere genügend Lenkflugkörper für das Patriot-System beschafft werden, um die Munitionsdepots wieder aufzufüllen und den NATO-Vorgaben zu entsprechen. Womit wir zum letzten Waffensystem kommen, welches im Rahmen der European Sky Shield Initiative beschafft werden soll. Und zwar zum israelischen Arrow 3. Bei Arrow 3 handelt es sich um ein Raketenabwehrsystem zum Schutz gegen ballistische Raketen. Es besteht aus einem Gefestsstand, mehreren Radaren und Startgeräten, je mit vier Lenkflugkörpern bewaffnet. Die maximale Kampfinfernung soll rund 2400 Kilometer betragen. Die Beschaffung soll bis zu 4 Milliarden Euro kosten und bereits 2025 soll eine Anfangsbefähigung hergestellt sein. Die Vollbefähigung ist hingegen erst für das Jahr 2030 geplant. Allerdings soll dieses Beschaffungsvorhaben zunächst im nationalen Rahmen erfolgen. Erst später soll geprüft werden, ob und wie NATO-Partner sich beteiligen und die Fähigkeit der NATO zur Verfügung gestellt werden kann. Folglich zieht insbesondere diese Beschaffung von Sicherheitspolitik-Experten im In- und Ausland Kritik auf sich, zu der wir noch kommen. Kommen wir also zum Fazit. Obwohl die European SkyShield-Initiative mit mittlerweile 19 beteiligten europäischen Staaten guten Anklang gefunden hat, gibt es auch Kritik. Insbesondere von Frankreich, Italien und Polen. Frankreich und Italien sind sauer, dass man sich für das amerikanische Patriot-System entschieden hat und nicht für das europäische SAMPT, welches von beiden Staaten genutzt wird. Polen hat wenig Interesse an der Initiative, da es bereits selbstständig Patriot-Systeme im Wert von über 10 Milliarden US-Dollar bestellt hat und statt ihres TSLM auf das britische System Common Anti-Air Modular Missile setzt. Die European SkyShield-Initiative ist also recht unattraktiv für Staaten, welche bereits alternative Flugabwehrsysteme beschafft haben oder derzeit beschaffen, da die Auswahl der Systeme im Rahmen der Initiative festgelegt wurde. Wie bereits erwähnt, wird auch die Beschaffung von Arrow 3 kritisiert. Arrow 3 ist vor allem darauf optimiert, ballistische Mittelstreckenraketen außerhalb der Atmosphäre zu bekämpfen. Allerdings ist fraglich, ob Russland solche Waffen überhaupt besitzt. Das einzige russische Waffensystem, welches einer ballistischen Mittelstreckenrakete gleicht, dürfte die Kinjal sein. Allerdings haben die Ukrainer bewiesen, dass diese auch mit dem Patriot-Flugabwehrsystem abgewährt werden kann. Jedoch könnte das Arrow-System von Vorteil sein, sollten die Vermutungen stimmen, dass die Raketen des Typs Iskander-M eine Reichweite von über 500 Kilometern haben sollten. Sollte dies der Fall sein, würde die Iskander-M auf einer höheren Flugbahn fliegen als bisher angenommen und damit in die Abfangschicht von Arrow fallen. In diesem Fall wäre Arrow 3 gegenüber Patriot wahrscheinlich im Vorteil. Allerdings entspricht die Beschaffung von Arrow 3 keinem der NATO-Planungsziele. Jeder Staat hat zwar die Möglichkeit, auch über diese Ziele hinaus Fähigkeiten zu beschaffen, jedoch sollten zunächst die NATO-Planungsziele erfüllt sein und das ist, wie wir alle wissen, im Falle der Bundesrepublik nicht der Fall. Darüber hinaus ist auch die Interoperabilität von Arrow 3 mit der NATO-Integrated Air and Missile Defense nicht gesichert. Doch zurück zur European Sky Shield-Initiative als solches. Bei dieser handelt es sich in erster Linie um eine Beschaffungsinitiative. Doch mit diesem Ansatz schöpft sie das Potenzial, welches hier inne wohnt, nicht vollständig aus. So könnte die Initiative beispielsweise um die Bereiche Logistik, Ausbildung, gemeinsame Nutzung von Infrastruktur, Erstellung operativer Konzepte und sogar der Aufstellung gemeinsamer Einheiten erweitert werden. Das würde zwar kurzfristig für mehr Aufwand sorgen, die Führungsrolle Deutschlands im Bereich Luftverteidigung jedoch mittel- bis langfristig stärken. Das war es auch schon zur European Sky Shield-Initiative. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr zukünftig keines meiner Videos mehr verpasst. An dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an Moritz, der dieses Video sicherlich wieder wunderbar zusammenschneiden wird. Und an euch ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und wir hören uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.